Willem Alexander? Warum er König Philippe von Spanien so dankbar ist? König Willem Alexander ist dem spanischen Monarchen König Philippe auf ewig dankbar. Der Grund dafür ist Prinzessin Amalias Umzug nach Madrid. Emotionale Worte von König Willem Alexander Eine Umarmung ist immer etwas Besonderes. Jeder Mensch sehnt sich nach Geborgenheit. Man findet sie bei anderen Menschen, aber auch in einem Land. Diese Erfahrung hat König Willem Alexander, 57, gemacht. Das niederländische Königspaar empfing seine spanischen Kollegen in Amsterdam, Philippe VI. 56, und Letizia, 51, wurden mit Pomp und Ehren begrüßt. Und natürlich gab es ein feierliches Staatsbankett. Als Willem sein Glas erhob und sich den hohen Gästen zuwandte, wurde er emotional. Er sprach fast lyrisch. Ein Besuch in Spanien ist immer wie eine warme Umarmung. Ein Gefühl, das unsere älteste Tochter mit uns teilt. Der König meinte Prinzessin Amalia, 20, die mit an der Tafel saß. König Philippe, Rettung in der Not Es war das erste Staatsbankett der Thronfolgerin. Im vergangenen Jahr hatte Amalia ihren Studienort Amsterdam verlassen müssen, weil die Mafia sie bedrohte. Der König fuhr fort. Letztes Jahr war sie aufgrund der Umstände gezwungen, in Madrid zu leben. Von dort aus konnte sie ihr Studium an der Universität Amsterdam fortsetzen. Philippe hatte mit Letizias Hilfe den Umzug der niederländischen Kronprinzessin arrangiert. Dafür sprach Willem Alexander dem royalen Kollegen seinen aufrichtigen Dank aus. Aber manchmal sagen Gesten mehr als Worte. Und so schloss Willem seinen Freund in die Arme. Und so schloss Willem Net Yeah. Und so schloss Willem zu Ende. Hier müssen wir. Und so schloss Willem he put ein Abstand mit einem 날rolling Foren in der Weltaaa Unter ليs 보낸 Bevor er wybuch wurde pullart. Aberisaille Cosny, den mansion die Weiß 데한et nicht alles expert